Hallo liebe Erdmännchen! Wie ihr ja wisst, führen wir jede Woche einen neuen Buchstaben ein und dafür habe ich euch jetzt wieder Bilder mitgebracht. Schaut mal! Das ist die 5. Das ist das Ü-Ei. Das ist der Schlüssel. Das ist die Farbe Grün und das ist die Bürste. Und das ist das Küken. Was glaubt ihr, was könnte unser neuer Buchstabe sein? Ah, ihr habt richtig geraten. Wir haben das Ü als neuen Buchstaben.